Die wilden Küken, das sind Lilly, Bob, Werry und Inja. Sie sind die besten Freundinnen der Welt. Lilly ist das Oberküken, aber in einer echten Bande geht es nicht darum, wer Chef ist. In einer echten Bande halten alle zusammen und gehen miteinander durch dick und dünn. Ganz nach dem Banden-Motto der wilden Küken, keine alleine, alle oder keine. Die Hühner der wilden Küken heißen Bussi, Birdie, Ines und Flocke und leben auf der Mystery, einem alten Schiff, welches das Bandenquartier der wilden Küken ist. Auf einem kleinen Weiher liegt es vor Anker. Die Freundinnen haben die Kajüte zu einem Hühnerstall umgebaut und unter Deck, im Bauch der Mystery, finden ihre streng geheimen Bandentreffen statt. Aber was wäre eine Mädchenbande ohne Lieblingsfeinde? Und das sind die Grottenolme, eine Jungsbande, bestehend aus Ole, seinem Zwillingsbruder Lidl und Mitch, dem besten Freund der beiden. Die Grottenolme und die wilden Küken haben sich gegenseitig schon so manchen Streich gespielt. Oft möchte Lilly den Boss der Grottenolme am liebsten auf den Mond schießen, auch heute wieder. Bandentreffen auf der Mystery Lilly radelte durch das hohe Gras Richtung Weiher. Es roch nach Wiesen, Blumen und Sommer. Lillys Fahrrad klapperte und in der alten Weide zwitscherten die Vögel. Das Wasser des Weihers kräuselte sich bei jedem Windstoß. Lilly näherte sich dem schwimmenden Bandenquartier der wilden Küken. Sie ließ ihr Rad ins Gras fallen und betrachtete das Schiff mit der kleinen Kajüte und dem bunten Huhn als Galionsfigur. Dieses Boot ist immer noch ein wahres Wunder, dachte Lilly. Sie liebte ihr Bandenquartier und alles, was dazugehörte. Unter dem Steg gluckste das Wasser und Lilly konnte die Hühner in der Kajüte gackern hören. Sie kletterte die Leiter hinauf. An Bord schob sie den Riegel beiseite und betrat die Kükenkajüte. Alle vier Hühner reckten die Hälse. Bussi und Birdie kannten die wilden Küken schon als Ei. Lilly, Bob und Verri hatten vor langer Zeit drei Hühnereier in einem Brutkasten ausgebrütet. Lillys Küken starb leider schon beim Schlüpfen. Immer wenn Lilly daran dachte, wurde sie ein bisschen traurig. Die anderen beiden Hühner waren gleichzeitig mit Enya zur Bande gestoßen. Ines war Enyas Huhn geblieben, aber Flocke hatte sie Lilly geschenkt. Von Weitem sah Flocke so aus wie eine Schneeflocke und sie war das liebste Huhn aller Zeiten. Bussi hingegen hatte ihren eigenen Kopf und auch jetzt versuchte sie gleich nach draußen zu entwischen. Aber Lilly zog schnell die Tür hinter sich zu. Birdie spreizte die Flügel und krächzte verärgert über die Störung, während die schwarze Ines nur leise gurrte und sich noch tiefer in ihr Nest duckte. »Flocke, Flocke, Flocke«, lockte Lilly mit hoher Stimme. Flocke reckte neugierig den Kopf und hüpfte in Lillys ausgestreckte Arme. Sanft drückte Lilly ihr Huhn an sich und strich über das schneeweiße Gefieder. Eine winzige weiße Pflaumfeder schaukelte durch die Luft. »Na, hast du was Schönes geträumt?« Lilly stupste mit der Fingerspitze gegen Flockes Schnabel. »Können Hühner überhaupt träumen?«, überlegte sie dann laut. Flocke blinzelte, als würde sie angestrengt nachdenken. »Ich jedenfalls habe von Ole geträumt.« Auch wenn nur die Hühner sie hören konnten, flüsterte Lilly jetzt lieber. »Stellt euch vor, im Traum kann der Knallkopf richtig nett sein.« Flocke schüttelte sich und befreite sich aus Lillys Händen. Auch die anderen Hühner gackerten aufgeregt. Von draußen ertönte ein Ding-Dong. Das war Berris Fahrradklingel, und gleich darauf hörte Lilly, Bob und Enya lachen. Lilly schlang ihr Tuch fester um den Hals und lief raus an Deck. »Passwort?«, fragte sie. »Oberküken, das nervt langsam!« Bob verdrehte ihre dunklen Kulleraugen. »Dio Mio, ich hab's schon wieder vergessen!« Bob hieß eigentlich Roberta, und ihre Mutter war Italienerin. Manchmal begann Bob deshalb ihre Sätze mit ein paar Worten italienisch. Enya lehnte ihr Rat an einen der Pfosten, die den Steg hielten. Sie kletterte als erste die Leiter hoch. »Ist das Passwort nicht Olmfalle?« Mit verschränkten Armen stellte Lilly sich ihr in den Weg. »Olmfalle war gestern!« Barry stand noch auf dem Steg und strich sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. »Jeden Tag ein neues Passwort! Das ist echt bescheuert, Lilly! So was kannst echt nur du dir ausdenken! Wir sind eine Bande vergessen, und wir sind nicht die einzige Bande hier in der Gegend!« Lilly zeigte über die Weiherwiese hinweg Richtung Wald, wo die Grottenolme ihr Quartier hatten. »Wenn uns jemand ausspioniert, oder bei Dunkelheit, oder am Telefon, da muss man doch das Passwort wissen!« Sie blickte ihre Freundinnen nacheinander an und flüsterte verschwörerisch. »Es ist Klarschiff!« »Klarschiff!«, wiederholten Bob, Barry und Enya wie aus einem Mund. »Na bitte, geht doch!« Lilly seufzte und gab den Weg frei. Die wilden Küken trugen ihre vier Hühner hinunter auf die Wiese am Weiher. Dort setzten sie Bussi, Birdie, Ines und Flocke in den Hühnergarten. Der Auslauf bestand aus Maschendrahtzaun und wurde auch von oben mit Draht geschützt. Die Hühner begannen sogleich im Gras zu picken, dabei machten sie fröhliche Glücksgeräusche. Überraschung an Bord Die Mädchen gingen wieder an Bord, und Lilly nahm vier Paar Arbeitshandschuhe aus einer Holzkiste. Sie verteilte sie. »Also, Klarschiff, Mädels, packen wir es an!«, rief sie. Barry warf einen Blick in die Kükenkajüte und rümpfte die spitze Nase. »Ist wohl auch dringend nötig!«, murmelte sie. Die wilden Küken wollten gerade mit dem Stallausmisten anfangen, da ließ Enya den Besen fallen. »Oh Mann, was ist das denn? Das juckt!« Sie verzog das Gesicht und riss sich die Handschuhe von den Händen. »Mich auch! Hilfe!« Lillys Hände kribbelten, als hätte sie tausend Ameisen im Handschuh. Neben ihr schleuderte auch Barry die Handschuhe ins Stroh und pustete wie eine Wilde auf ihre Finger. »Sensa Dubio, kein Zweifel!«, Bob kratzte sich abwechselnd den linken und den rechten Handrücken. »Irgendwer hat uns Juckpulver da reingetan!«, Bob hielt die Handschuhe mit Spitzenfingern hoch. Sie ließ sie aber gleich darauf fallen, um sich wieder die Hände zu kratzen. »Und ich weiß auch schon, wer das war!« Enya widelte immer heftiger mit den Händen durch die Luft und verdrehte die Augen. »Wasser!«, rief Lillys. Wie aufgescheuchte Hühner kletterten die vier Mädchen von Deck und warfen sich der Länge nach auf den Steg. »Oh, das tut gut!« Schulter an Schulter lagen die wilden Küken auf den Planken und ließen die Arme ins kühlende Wasser baumeln. Die Sonne schien ihnen warm auf den Rücken und nach kurzer Zeit ließ das Jucken nach. Aber nicht ihre Wut auf die Grottenolme. Enya wandte sich an Lilli. »Ich hab dir doch gesagt, Ole ist ein Knallkopf. Er und seine ganze Grottenolmbande.« Die Sonnenpunkte auf dem Wasser blendeten Lilli. »Hm«, machte sie. Weri setzte sich auf. »Und trotzdem ist unser Oberküken heimlich in den Boss der Olme verknallt«, ergänzte sie. Sie schüttelte sich das Wasser von den Händen, sodass es auf die anderen Küken spritzte. »Oder etwa nicht?« Weri grinste Lilli frech an. »Nicht die Bohne!« Lilli sprang auf. Noch immer glühten Leuchtpunkte vor ihren Augen. »Los, kommt mit! Wir statten den Grottenolmen einen Besuch ab!« Weri rieb die Hände an ihrer Jeans trocken und grinste. »Hast wohl schon wieder Sehnsucht nach deinem Ole?« Lilli tat, als würde sie einen unsichtbaren Ole erwürgen. »Und wie!« Sie lachte und lief voraus über die Wiese. Bei den Grottenolmen Die Küken wanderten den Hügel hinauf und schmiedeten Rachepläne. Im Keltenwald roch es nach Tannennadeln, über ihnen rauschte der Wind in den Bäumen. Je näher die Mädchen dem Quartier der Grottenolmbande kamen, desto leiser redeten sie. Schließlich verstummten sie ganz. Sie suchten Deckung hinter Dickicht und Gebüsch und huschten so bis zum Keltenbuckel. Der Keltenbuckel war ein großer, mit Moos bewachsener Fels. Er lag einsam und verlassen mitten im Wald. Im Schutz des Felsens spähten die Freundinnen die Senke hinunter. Von hier aus sah man den Zaun, der das Bandenquartier der Jungs umschloss. Lilly kam ein Zeichen und pirschte sich den anderen voran, bis zu dem schmalen Durchschlupf. Vorsichtig schob sie die Tarndecke beiseite und ließ ihren Blick schweifen. Die Luft war rein. Lilly winkte ihre Freundinnen in das feindliche Lager. Auf der einen Seite ging es fast senkrecht bergauf, und an diese Steilwand schmiegte sich eine ziemlich schiefe Hütte, die aus Brettern zusammengezimmert worden war. Kurz blieben die Freundinnen stehen, hielten den Atem an und lauschten. Aber aus der Hütte war nicht der geringste, laut zu hören. Nur von Weitem ertönte das Klopfen eines Spechts. Lilly schob den Riegel zur Seite. »Guck nicht so böse!«, zischte sie dem Grottenolm zu, der auf die Tür gemalt war und die Mädchen von dort aus anschielte. Die wilden Küken traten vorsichtig in die dunkle Hütte. Ein paar Streifen Licht fielen durch die Ritzen zwischen den Brettern. Lilly entdeckte eine Taschenlampe, die an einem Drahthaken von der Decke baumelte. Sie knipste sie an. Im Licht der Taschenlampe entdeckten die Mädchen ein paar leere Cola-Dosen, die auf einem kleinen Klapptisch standen. Das Feldbett in der Ecke war übersät mit Popcorn, kleinen Spielfiguren aus irgendeinem Science-Fiction-Film und leeren Chipstüten. Enya zeigte auf einen Stapel mit Tageszeitungen. »Seit wann lesen die Olme Zeitungen?«, fragte sie. »Können die überhaupt lesen?«, lästerte Bob. »Und wofür brauchen sie den hier?« Warré hob eine Packung Tapetenkleister hoch und kicherte. »Wahrscheinlich wollen sie ihre wunderschöne Hütte tapezieren.« »Irgendwas stinkt hier nach Formaggio, nach Käse.« Bob schnüffelte. Sie bückte sich und zog mit angewidertem Gesicht eine flache Holzkiste unter dem Bett hervor. »Lebensgefahr«, stand auf dem Deckel. Aber aus solchen Warnungen machten sich die wilden Küken nichts, jedenfalls nicht, wenn es um die Grottenolme ging. Sie öffneten die Kiste. Mit spitzen Fingern hob Farré drei paar ziemlich schmutzige Sportsocken aus der Kiste. Bob nahm das Poster eines Basketballspielers heraus. Sie sprang erschrocken zurück. »Aaah!« kam es aus vier Kehlen. Die ganze Kiste war voller Schlangen, Spinnen und Skorpione. Obwohl auch ihr der Schreck in den Gliedern steckte, griff Lilly sich die Taschenlampe vom Haken und leuchtete auf das Getieren der Kiste. »Wir sind vielleicht Angsthasen«, Lilly lachte erleichtert. »Das ist also die Scherzartikelsammlung, mit der Ole immer so angibt. Alles nur aus Gummi, das ganze Ekelzeug.« »Leuchte mal hierhin«, sagte Enya und zeigte neben der Kiste auf den Boden. Im Schein der Taschenlampe erkannten die wilden Küken mehrere Papiertütchen. »Juckpulver«, rief Enya und hob mit ihrem Taschentuch eine der aufgerissenen Verpackungen hoch wie eine Detektivin. »Veri wühlte in der Kiste.« »Vielleicht sind da auch noch volle Packungen. Dann kippen wir das Zeug in ihre Socken. Das ergibt dann eine Mischung aus Juckpulver und Stinkbombo und...« »Psst«, unterbrach Lilly sie. Von draußen hörten sie Stimmen. »Sie kommen«, flüsterte Enya. »Attacke«, »nichts wie weg!« Bob wollte zur Tür hinaus, aber Lilly hielt sie am Ärmel fest. »Du willst ihnen doch nicht direkt in die Arme laufen«, raunte sie. »Aber hier drin gibt's kein Versteck für uns alle«, zischte Verri verzweifelt. Lilly leuchtete auf drei Wasserpistolen, die auf dem Boden lagen. Daneben stand ein Eimer mit Wasser. Er war nur noch halb voll. »Ich nehme mal an, die sind geladen«, sagte sie. Verri, Enya und Bob schnappten sich jede eine der Wasserpistolen. Lilly griff sich kurzerhand den Eimer. Dann schaltete sie noch schnell die Taschenlampe aus. Auf der einen Seite der Tür pressten sie und Bob sich gegen die Hüttenwand, auf der anderen Seite standen Verri und Enya. Lilly konnte spüren, wie ihre Knie vor Anspannung zitterten. Die Tarndecke vor dem Zaun raschelte. Dann hörte sie die Schritte der Jungs und schließlich Mitchs Stimme. »Hey, Ole, was machst du denn für ein Gesicht? Die Juckpulveraktion war doch Oberkohl. Die Küken sind gehüpft wie echte Hühner. Zu dumm nur, dass wir sie im Wald aus den Augen verloren haben.« Die Jungs blieben auf dem Platz vor der Hütte stehen. Dann war wieder Mitch zu hören. »Mann, Ole, sag bloß, du hast Mitleid mit dem Oberküken!« Lilly presste ihr Ohr noch fester an die Wand. Ole schwieg. Dafür räusperte sich jetzt Little. Das tat er immer, bevor er einen seiner klugen Sprüche losließ. Die Lehrer nannten Little hyperintelligent. Lilly nannte das eher Intelligenzbestie. »Möglicherweise hegt Ole eine starke emotionale Zuneigung für Lilly«, sagte Little. Seine Stimme hatte diesen typischen, sachlichen Klang. »Du meinst, unser Boss ist in das Oberküken verknallt?«, fragte Mitch und prustete los. Lillys Herz klopfte jetzt nicht mehr nur wegen des nahenden Angriffs. »Ich? In Lilly verknallt?«, fragte Ole entrüstet. »Doch nicht in diese rothaarige Oberschnäpfe!« Lillys Hand krallte sich um den Henkel des Wassereimers. Die Hütten-Tür wurde mit einem Ruck aufgezogen. Ole machte zwei Schritte ins Innere und stutzte. Er fuhr herum. Lilly sah seine blauen Augen im Halbdunkel schimmern. Für einen kurzen Moment schien die Zeit stillzustehen. »Feuer!«, brüllte Lilly. Wary, Bob und Enja sprangen mit den Pistolen im Anschlag aus ihrer Deckung heraus und feuerten eine nasse Salve auf die Grottenolme ab. Ole bekam Lillys Wassereimer über den Kopf. Und gleich darauf versetzte Lilly ihm noch einen heftigen Schubs. Ole hatte den Eimer auf dem Kopf, ruderte mit den Armen, verlor das Gleichgewicht und riss im Fallen Lidl und Mitsch mit sich. Flink wie die Wiese schlüpften die wilden Küken durch die Lücke im Zaun. »Sie haben unsere Wasserpistolen!«, schrie Mitsch. Die Mädchen rannten, was das Zeug hielt. »Wiederrechtliche Aneignung von fremdem Eigentum wird schwer bestraft!«, hörte Lilly Lidl hinter sich rufen. Sie legte noch einen Zahn zu. Erwischt. Erst oben am Hügel blickten sich die wilden Küken kurz um. Die Grottenolme waren ihnen auf den Fersen. Immer kleiner wurde der Abstand zwischen den Mädchen und ihren Verfolgern. »Gleich haben sie uns!«, keuchte Bob. »Nicht, wenn unsere neue Olmfalle funktioniert! Wofür haben wir uns gestern sonst die ganze Mühe gemacht?« Atemlos sah Lilly nach rechts und suchte den Waldboden nach der Markierung ab. Da, nur noch einen Steinwurf entfernt, entdeckte sie die Tannenzapfen auf dem Boden. Die Mädchen hatten einen Stern damit gelegt, den man leicht wiederfinden konnte, wenn man gezielt danach suchte. Zugleich hörte Lilly Ole hinter sich schnaufen. Der Bus der Grottenolme kam gefährlich nahe. Ole streckte den Arm aus und erwischte Lillys Halstuch. Sie spürte, wie es ihr vom Hals gezogen wurde und raste mit letzter Kraft weiter auf den Stern aus Tannenzapfen zu. Auf gleicher Höhe rannten ihre Freundinnen über den weichen Waldboden. Kurz vor der Falle teilten sich die wilden Küken auf. Lilly und Bob liefen links daran vorbei, Verri und Enja rechts. Die Jungs jagten natürlich geradeaus weiter. Sie plumpsten schreiend in die Fallgrube, die die Mädchen mit Tannenzweigen getarnt hatten. Die wilden Küken liefen noch ein paar Schritte weiter bergauf und drehten sich dann keuchend um. Zwischen den Tannenzweigen tauchten drei rote Gesichter auf. Brüllend vor Zorn versuchten Ole und Liddle vergeblich aus der lehmigen Grube zu klettern. Immer wieder rutschten sie ab und immer lauter schimpften und schrien sie. Schließlich machten Liddle und Mitch eine Räuberleiter für ihren Boss. Die Mädchen sahen, wie Ole aus der Fallgrube kletterte. Er hob drohend die Faust, in der er Lillys Halstuch hielt. Dann kam er gefährlich schnell den Hügel heraufgewetzt. Lilly wollte ihre Freundinnen schon zum Wegrennen auffordern, da bremste Ole mitten im Lauf ab und lauschte. Auch Lilly hörte das Geräusch eines Motors. Auf dem Waldweg näherte sich ein Traktor. Schnell duckte Ole sich ins Dickicht und auch die Jungen in der Fallgrube gaben keinen Mucks mehr von sich. Wahrscheinlich schämten sie sich dafür, dass sie in der Grube hockten. Bauer Hallhuber erkannte die Mädchen, hupte und winkte. Dann hielt er sein Fahrzeug an. Auf sein Zeichen hin kletterten die wilden Küken auf den Anhänger und setzten sich zwischen die Strohballen. Es war selbstverständlich, dass er sie mit dem Traktor mitnahm. Die wilden Küken schenkten Bauer Hallhuber oft frische Eier von ihren Hühnern und bekamen dafür ein Streu für ihren Hühnerstall. Zurück auf der Mystery. Auf der Wiese am Weiher stellte der Bauer den Motor ab. Er half den wilden Küken vom Anhänger und warf vier Ballen Stroh auf die Wiese. »Schönen Gruß an eure Hühner!«, rief er, tippte sich an seine blaue Kappe und kletterte wieder hinters Steuer. Langsam tuckerte der Traktor die Weiherwiese hinauf und fuhr dann auf dem Feldweg davon. Lilly, Bob, Verri und Enja schleppten das Stroh an Bord und misteten die Kükenkajüte gründlich aus. Dann holten sie Bussi, Birdie, Ines und Flocke aus dem Freilauf und machten es sich mit ihren Hühnern im Stroh gemütlich. Verri kraute Birdie den Rücken, bis ihr Huhn die Augen zumachte und leise gluckste. Die freche Bussi sprang immer wieder aus Bobs Armen und rupfte in den Halmen herum. Ines pickte an Enjas Schuhen herum. Sicher hielt sie ihre Schnürsenkel für schmackhafte Würmer. Lilly saß im Schneidersitz unter dem kleinen Fenster und lehnte sich an die Kajütenwand. Ihr schneeflockenweißes Huhn hockte auf ihrem Schoß und versteckte den Kopf im Ärmel von Lillys Pulli. Die Welt duftete nach frischem Stroh und vor der Tür lagen die erbeuteten Wasserpistolen auf den Planken und leuchteten in der Sonne. »So blöd, dass die Jungs dein Halstuch ergattert haben,« sagte Bob und rutschte näher an Lilly heran. »Das tauschen wir morgen gegen ihre Waffen ein,« sagte Lilly. Sie strich mit dem Zeigefinger vorsichtig über Flockes Gefieder. »Und die nächste Olmfalle graben wir viel tiefer und werfen zur Sicherheit noch ein Netz darüber.« Lilly machte ein finsteres Gesicht. Die Freundinnen lachten und erfanden alle möglichen fiesen Fallen für die Olme. Am Ufer rauschte der Wind in den Blättern der alten Weide, in Lillys Armen gurrte Flocke, und sie versuchte zu vergessen, was Ole über sie gesagt hatte. Angriff auf das Galionshuhn. Plötzlich wurde Birdie unruhig. »Psst!« Verri legte den Finger an die Lippen. Das Gemurmel der anderen verstummte. »Da ist jemand am Steg!«, flüsterte Verri. Lilly schob Flocke sanft beiseite und krabbelte leise durch die Tür. Sie schnappte sich eine der Wasserpistolen und lauschte. Ein schmatzendes Geräusch war zu hören, das Lilly nicht einordnen konnte. Geduckt kam Bob an ihre Seite geschlichen und zeigte in die Richtung des Bugs. Lilly robbte weiter nach vorne und lugte über die Reling zur Galionsfigur hin. Mitch stand dort auf dem Stegpfosten. Lidl reichte ihm aus einem Eimer graue Pampeklumpen nach oben. »Pappmaché!«, schoss es Lilly durch den Kopf. »Deshalb hatten also Zeitungen und Tapetenkleister im Bandenquartier der Grottenäume herumgelegen.« »Sie verschanden unser Galionshuhn!«, wisperte Bob neben Lilly. Enja und Verri schoben sich lautlos neben sie. Die zwei restlichen Wasserpistolen hielten sie zum Einsatz bereit in den Händen. Lilly drückte die Stirn an die Reling und beobachtete, wie Mitch zwei dicke Pappmaché-Klöße an die Brust der Galionsfigur klebte. »Das wird voll die vollbusige Oberschnäpfe!«, flüsterte er Lidl zu. Offensichtlich hatte er Mühe, sich das Lachen zu verkneifen. »Eigentlich haben nur Säugetiere Busen!«, flüsterte Lidl zurück. Er runzelte die Stirn. Lilly sprang auf und richtete die Wasserpistole auf Mitch. »Finger weg von unserem Wappentier!«, schrie sie. Sie beugte sich über die Reling und schoss einen heftigen Wasserstrahl in Mitch's Gesicht. Erschrocken sprang er vom Pfosten, hatte sich aber schnell wieder gefasst. Er griff sich eine Handvoll Pappmaché aus dem Eimer und warf sie wie einen Schneeball auf Lilly. Zu spät zog Lilly den Kopf ein. Mit einem schmerzhaften Klatschen streifte die Pampe ihre Stirn. Und jetzt fing auch Lidl an, mit der grauen Pampe auf sie zu zielen. Fast gleichzeitig sausten zwei Klumpen durch die Luft. »Attentione!«, rief Bob. »Achtung!« Sie duckte sich. Auch Werry sprang zur Seite, aber Enya wurde getroffen. Aus ihren schwarzen Haaren tropften eklige, graue Brocken. In immer schnellerer Folge schleuderten Lidl und Mitch ihre klebrigen Geschosse. Die wilden Küken feuerten mit Wasser auf die Jungs, aber Mitch schaffte es dennoch, von einem der Stegpfosten aus an Deck zu klettern. Dann zog er Lidl mit dem Eimer an Bord. »Rückzug!« Werry ging hinter der offenstehenden Kajütentür in Deckung. Ein Matschball donnerte gegen die Tür. »Wo ist Ole?« Lilly hielt vergeblich Ausschau nach dem Boss der Grottenäume. Die Bande tauchte eigentlich immer nur zu dritt auf. Da landete eine Pappmaché-Kugel direkt neben ihrem Kopf an der Kajütenwand. Flocke gackerte laut auf und rannte voller Panik aus der Kükenkajüte. Im gleichen Augenblick schwang Ole sich über die Reling und landete breitbeinig auf den Schiffsplanken. Quer über sein Gesicht war eine rote Narbe gemalt. In der Hand hielt er einen Matschklumpen, der aussah wie eine riesige Kanonenkugel. Lillys Halstuch hatte er sich wie ein Piratentuch um den Kopf gewickelt. Ole warf. Lilly wich aus und die Kugel pfiff knapp an ihrem Ohr vorbei. Flocke hopste auf Lilly zu und schlug ängstlich mit den Flügeln. Direkt vor ihr brach der Pirat mit den blauen Augen ein gellendes Kriegsgeheul aus. Aber bevor er Lilly die Wasserpistole aus der Hand reißen konnte, prallte Flocke gegen seinen Bauch. Aufgeregt, flatternd ergriff das Huhn die Flucht und sauste im Tiefflug übers Deck. Es knallte gegen die Reling, machte einen Purzelbaum in der Luft und ging über Bord. Arme Flocke Die Kampffähne standen wie versteinert da und starrten zu der Stelle, an der Flocke verschwunden war. Es war, als hätte sich die Zeit verlangsamt. Beinah ewig dauerte es, bis der Aufprall des Huhns auf dem Wasser zu hören war. Gleichzeitig fiel auch die Schreckensstarre von Lilly ab. Sie rannte zu Reling, wie ein verlorenes weißes Daunenkissen trieb Flocke auf dem Weiher. Ihr Kopf war nicht zu sehen. Lilly achtete nicht auf die aufgeregten Schreie ihrer Freundinnen, und es war ihr egal, was Ole neben ihr redete, dass er das nicht gewollt hätte und dass es ihm leid täte. Lilly hörte nur das Rauschen in ihren Ohren und sprang über die Reling. Beim Aufprall schlug das Wasser des Weiher über ihr zusammen, und alles schien sich zu drehen, aber dann spürte sie Grund unter den Füßen. Sie schnappte nach Luft und schob sich mühsam auf die kleine Insel aus weißen Federn zu. Lilly hob Flocke aus dem Wasser. Schwer und reglos lag das Huhn in ihren Armen. »Flocke, Flocke, Flocke, arme kleine Flocke«, stammelte Lilly. Sie wartete durch den Weiher um den Bug der Mystery herum. Von der Galleonsfigur tropfte Pappmaché. Am Ufer warteten Wary, Bob und Enya und halfen Lilly auf den Steg. Hinter den Mädchen standen die Jungs mit ihren zurückeroberten Wasserpistolen in der Hand. Wasser lief Lilly aus den nassen Locken über die Augen. An ihrem Bauch spürte sie die Wärme des Huhns. Aber keinerlei Bewegung. Schlaff lag Flockes Kopf unter einem ihrer Flügel. Ole machte einen Schritt auf Lilly zu. »Schnauft sie noch?«, fragte er zögernd. »Hau ab! Hau bloß ab!«, presste Lilly zwischen den Zähnen hervor. Ole machte den Mund auf, aber Lilly funkelte ihn so böse an, dass er nur noch stumm nickte. Er zog sich Lillys Tuch vom Kopf und legte es wie eine Decke über das nasse Huhn in ihren Armen. Dann gab er seiner Bande ein Zeichen und die Jungs verdrückten sich still und leise. Bob kletterte als Erste zurück an Bord. Verrie stellte sich hinter Lilly auf die Leiter und sicherte sie. Oben nahm Bob Lilly das leblose Huhn ab. »Wie schwer sie ist!«, murmelte sie und schluckte. Die anderen drei Hühner standen aufgereiht in der offenen Tür der Kükenkajüte und eugten zu ihnen herüber. Dabei ruckten Bussi, Birdie und Ines verstört mit den Köpfen. »Ich hole Bauer Hallhuber!«, rief Enya, die nach unten auf dem Steg stand, und schon lief sie los. »Du brauchst trockene Sachen!«, sagte Verrie zu Lilly. Sie öffnete die Schiffsluke und führte die bibbernde Lilly die schmale Treppe hinunter unter Deck. Lilly zitterte nicht nur vor Kälte, sie hatte schreckliche Angst um ihr Huhn. Verrie wühlte in der Schiffskiste und fischte schließlich ihren Ersatzpulli und Bobs Jogginghose heraus. Während Lilly sich umzog, kam auch Bob nach unten und legte Lilly das reglose Huhn auf den Schoß. Vorsichtig zog Lilly das Halstuch etwas fester um Flocke und schob ihre Hand darunter. Nein, Lilly bildete sich das nicht ein. Flocke atmete. Ganz schwach zwar, aber sie atmete. Nachtwache Kurz darauf kam Enja mit Bauer Hallhuber. Er war so groß, dass er kaum durch die Luke passte. Er musste den Kopf einziehen und konnte nur gebückt stehen. Das sah sehr komisch aus, aber den Mädchen war nicht zum Lachen zumute. Der Bauer kniete sich vor Lilly auf den Boden und hob Flockes Kopf an. Zwischen seinen großen Händen sah das Hühnerköpfchen winzig aus. »Enya hat mir erzählt, was passiert ist«, sagte er mit tiefer Stimme. »Sie hat noch kein einziges Mal die Augen aufgemacht.« Lilly musste sich räuspern. Sie spürte einen dicken Kloß im Hals. »Aber sie atmet«, brachte sie hervor. Die Worte klangen mehr nach Wunsch als nach Gewissheit. Herr Hallhuber berührte den Hals des Huhns. »Die Atmung ist schwach.« »Hm. Hat es aus dem Schnabel geblutet?«, fragte er. Lilly schüttelte den Kopf. »Ich glaub nicht«, sagte sie leise. »Dann hat er seine Chance.« Der Bauer richtete sich ächzend wieder auf. »Entweder das Huhn übersteht die nächsten Stunden, oder...« Er redete nicht weiter, sondern nahm die blaue Kappe ab und kratzte sich am Hinterkopf. »Ich kann ihr Herz nicht fühlen«, sagte Lilly tonlos. »Hühnerherzen schlagen schnell und leise.« Herr Hallhuber setzte die Kappe wieder auf und verabschiedete sich. »Haltet es warm und«, er sah auf die Uhr, »ruft eure Eltern an. Ihr müsst doch sicher schon längst zu Hause sein.« Die Mädchen lauschten schweigend seinen Schritten übers Deck hinterher. Sie hörten eine Leitersprosse nach der anderen unter seinem Gewicht ächzen und schließlich knarrten die Stegplanken. Als der Bauer auf der Wiese den Traktor startete, schaukelte die Mystery noch immer ganz leicht auf dem Weiher. Lilly ließ sich Warris Handy aus und rief daheim an. Ihr Papa versprach, den anderen Eltern Bescheid zu sagen. Er wollte die Mädchen in einer Stunde mit seinem Kleinbus abholen. Lilly gab Warrie das Telefon zurück. Ganz sanft streichelte Lilly das weiße Gefieder an Flockes Hals. Vor den Bullaugen war es dunkel geworden und die wilden Küken froren. Links von Lilly saß Enya, rechts von ihr Warrie und vor ihr kauerte Bob. Lilly fühlte, wie ihr hinten die Kälte den Rücken heraufkroch. Doch, aber vor ihr, dort, wo sich die Hände und Füße der Mädchen berührten, war es warm. Dort, wo Flock in ihrer Mitte lag, geborgen in einem Nest aus Wärme, Freundschaft und Sorge. Bob begann leise zu summen. Das hört sich schön an, das kenne ich. Lilly wiegte das Huhn sanft im Takt. Flock, gehörst du das? fragte sie leise. Bob summte weiter und allmählich summten auch Enya, Warrie und Lilly mit. Nur Flocke blieb still und reglos. Da hörten die wilden Küken von draußen leise Geräusche. Gleich darauf wurde über ihren Köpfen die Schiffsluke geöffnet. Drei bekannte Gesichter erschienen. Das mit den blauen Augen sah erst ängstlich zu Flocke und dann zu Lilly. Ole kletterte die Treppe herunter. Ich wollte dich erschrecken, Lilly, sagte er kleinlaut. Aber doch nie im Leben dein Huhn. Verschwindet hier. Aus Angst um Flocke flüsterte Lilly, was sie am liebsten aus vollem Halse geschrien hätte. Ole nickte. Er zog eine Decke aus seinem Rucksack und legte sie Lilly über die Schulter. Von oben reichten ihm Lidl und Mitch weitere Decken nach unten. Lilly spürte, wie gut die wärmende Decke ihr tat. Ihr müsst am Verhungern sein. Ole stellte seinen Rucksack neben Lilly ab. Also, da ist was zu essen drin. Ohne Lilly anzusehen, kletterte er die Schiffstreppe wieder nach oben. Die ganze Zeit hatte Lilly keinen Gedanken daran verschwendet, aber jetzt knurrte ihr der Magen und sie fühlte sich ganz schwach. Ihr war fast ein bisschen schwindelig vor Hunger. Warte, Ole! Lilly suchte seinen Blick. Flocke ist noch immer bewusstlos, aber sie atmet. Lilly bedeutete Ole, dass er sich setzen solle. Erleichtert nickte Ole. Jetzt kamen auch Lidl und Mitch und setzten sich zu den Mädchen. Die wilden Küken kuschelten sich in die wärmenden Decken und die Grottenäume packten ihre Rucksäcke aus. Wurst oder Käse? fragte Ole und hielt Lilly zwei belegte Brote hin. Gerade als Lilly ihm antworten wollte, reckte Flocke plötzlich den Kopf und blinzelte. Alle starrten auf das Huhn, das jetzt mit den Flügeln schlug. Flocke streckte ruckartig den Kopf nach vorne und pickte sich mit dem Schnabel ein Stück Wurst aus einem der Brote. Lilly wusste vor lauter Erleichterung nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Sie sah ihrem Huhn dabei zu, wie es mit der Wurst im Schnabel durch den Schiffsbauch flatterte. Berry, Bob und Enya liefen an Deck und holten die anderen Hühner aus der Kükenkajüte. Bussi, Birdie und Ines sollten mit eigenen Augen sehen, dass es Flocke wieder gut ging. Und dann hockten die wilden Küken und die Grottenäume zusammen im Bauch der Mystery, aßen Wurst und Käsebrote, redeten und lachten. Und Bussi, Birdie, Ines und Flocke machten gackernd mit. Als Lillys Vater mit dem Kleinbus kam, brachten die wilden Küken ihre Hühner zurück in die Kükenkajüte. Lilly streichelte Flocke über das weiße Gefieder und Flocke blinzelte, als wollte sie zwinkern. Während Lillys Vater die Fahrräder der Mädchen auf die Ladefläche schob, lief Lilly noch schnell zu Ole. Mitch und Lidl waren schon vorausgeradelt und warteten weiter oben am Feldweg auf ihren Boss. An Bord der Mystery gackerten leise die Hühner, der Weiher gluckste und in den Blättern der alten Weide rauschte der Wind. Lilly nahm ihr Fransentuch ab und schlang es Ole um den Hals. Er lächelte und fuhr davon. »Träum was Schönes«, murmelte Lilly. Sie winkte Ole kurz nach und stieg dann zu ihren Freundinnen ins Auto. »Träum was Schönes«, murmelte Lilly.